Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ihr heute Sonntag das Wochenende ausklingen lassen und entspannen. Nein, nicht bei mir. Terrorhoch 3. Ich habe Computerärger, aber richtig heftigen und ja, den will ich euch erstmal erklären. Hölle! Also, ich bin am Samstagabend, da wollte ich noch gerne eine Scum-Folge aufnehmen. Da waren mehrere Videos im Upload. Star Wars, die ich mit dem Tombi aufgenommen habe und so weiter. Und da dachte ich mir so, hui, jetzt könntest du noch ein Hundes Scum aufnehmen. Als ich dann am Rechner war, war alles gefreezt. Also ich konnte nichts machen, nicht mal eine Mauszeiger bewegen. Da habe ich dann rumgefummelt. Ich habe versucht, das System einmal so neu zu starten über den Taskmanager, was natürlich auch nicht ging, weil ich ja nicht mal eine Maus hatte und überhaupt gar nicht in den Taskmanager kam. Es war einfach nur ein Standbild auf allen drei Monitoren, die ich jetzt hier habe. Und ja, scheiße. Dann habe ich den Computer einfach mal mit dem Knopf, den musst du ja länger gedrückt halten, dann fährt der Rechner ja auch runter. Da dachte ich mir, okay, das passiert ja mal bei Computern. Alles kein Problem. Ja, das habe ich ja getan. Da fuhr er dann wieder hoch. Keine Fehlermeldung etc. irgendwas. Und blieb einfach hängen. Er blieb einfach eiskalt hängen. Ich habe ihn nicht mehr hochfahren können. Und das habe ich dann natürlich zwei, dreimal versucht. Dann blieb ich immer in einem grauen Bild hängen. Nicht mal ein Windows-Fenster oder irgendwas oder ein Ladebildschirm hat sich geöffnet. Es blieb einfach hängen. Ich dann wieder den Computer ausgemachen. Und dann hat er mir ein wunderschönes blaues Bild gezeigt, wo drauf stand. Reparieren. Guck mal, da läuft ein Spieler. Reparieren. Ich so, verdammt, mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig. Da drücke ich mal auf diesen Reparier-Button. Da wurde mir dann empfohlen oder angeboten, lösche alles und mache das System neu oder behalte alles bei und repariere Windows. Ich so, ja gut, dann will ich natürlich alles behalten, damit ich nicht ganz Sachen nochmal runterladen muss. Vielleicht kann ich ja gleich noch eine schöne Folge machen. Und nee, das hat dann erstmal eine Stunde lang gedauert. Also richtig lange gedauert, bis er das repariert hat. Und dann muss ich auch schon ins Bett, weil die Zeit hier habe ich dann nicht abgewartet. Nächsten Morgen setze ich mich dann am Rechner. Eigentlich musste ich dann mir die Zähne putzen und die Haare aus dem Gesicht entfernen, sprich rasieren. Und wollte dann schnell nochmal gucken, was hat der Rechner denn jetzt so über Nacht getrieben. Ja gut, ich mache ihn an und da ging schon der oberste Monitor, der an der Decke geschraubt ist, nur an. Dann auf den Kopf gedreht, den habe ich noch schnell umgeändert, dann war er nicht mehr auf dem Kopf. Und aktiviere noch meinen Hauptmonitor, der an der Grafikkarte angeschlossen ist. Das System nimmt automatisch den VGA-Anschluss, weil ich den aktivierte, damit ich die drei Monitore habe. Und was ist dann passiert? Nur noch Chaos. Es war nichts mehr installiert, also die Spiele waren alle noch drauf, ja. Ja, Scrum jetzt konnte ich auch starten, musste ich aber auch nochmal den Server neu suchen, etc. Und sowas, also das war wirklich das pure Chaos. Da bin ich jetzt gerade von der Arbeit rausgekommen und dachte mir, das mache ich heute mal ganz schnell fix am Arsch. OBS ist komplett verstellt gewesen. Also was heißt komplett, ich musste OBS neu einstellen. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Meine Oculus Rift war als Mikrofon aktiviert. Jetzt habe ich das Rode wieder aktiviert, das funktioniert ja, das hört er ja. Ich habe natürlich eine Testaufnahme vorher gemacht. Es war auf 2500 Bits wieder zurückgestellt. OBS und so weiter und so fort. Genauso wie Stream Deck komplett weg war. Der hat wahrscheinlich dann einen Wiederherschwungspunkt von 1994 bei mir genommen. Und, boah, hier wurde aber fett gelootet. Was ist mit diesen Weihnachtsmann-Hosen? Und, ja, pures Timmy-Chaos wieder. Da ist schon wieder eine Weihnachtsmann-Hose drin, ne? Aber wir hauen alle Weihnachtsmann-Hosen jetzt hier hin, die wir finden. So. Das gibt es gar nicht. Also das sind ja nicht die Weihnachtsmann-Hosen, ne? Also, wie gesagt, pures Chaos. Wollte ich heute Morgen schnell lösen. Aber dann habe ich doch ganz schnell gemerkt, ich musste Steam neu installieren. Die Spiele sind aber natürlich noch auf der Platte drauf. Da musstest du dann verifizieren, dass das auch deine Spiele sind und so weiter und so fort. Dann hat er hier nochmal, ähm, nicht ein Update gemacht, sondern hat er nochmal rüber geladen. Und, oh, ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Das ist die pure, pure Folter. Ich kriege doch heute gar nichts auf die Kette, ne? Jetzt ist es aber soweit. Also, ich konnte es wieder starten. Ich habe OBS wieder eingestellt. Ich glaube sogar besser als vorher. Und das Stream-Deck eingestellt, woran ich zum Beispiel, ähm, das Kommentar des Tages zeigen kann. Das wird wieder nicht gezeigt. Es ist wirklich eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Es ist alles neu. Kommentar des Tages. Ich habe es doch gerade noch gehabt. Gerade ging es. Ach so, ich weiß. Die Bildschirmaufnahme ist da drüber. Dann kann ich das jetzt mal nach unten schieben. Gut. Mittlerweile kenne ich mich ja so ein bisschen mit OBS aus. Das ist ja schon mal das Feine, Feinige daran. Dann muss ich die nach unten schieben. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Die Bildschirmaufnahme kommt nach ganz unten. Und sie ist noch da, ne? Siehst du, bitte sei noch da. Bildschirmaufnahme. Die überdeckt natürlich das andere Bild dann, ne? So. Das erste Kommentar war vom Ollenspiegel. Zombie-Golf mit dem Auto. Ich liebe es. Das dürfen die nie wegpatchen. Ja, das werden die wegfliegen. Und das Top-Kommentar Nummero 2 ist von gesendet. Der Opa hat für den Beschuss-Sets mit Bogen echte Spieler genommen. Mein Hintertut hat noch weh. Oh Gott. Gut. Ich glaube, das kann ich nicht glauben. Aber das wäre zu witzig gewesen. Gut. Natürlich war es bestimmt nur ein Spaß. Genau. Wegen dem Beschuss-Sets in der letzten Folge, da habe ich natürlich... Piepmatz. Da habe ich natürlich nicht alles so akkurat gemacht mit Meta-Abständen. Das kam tatsächlich bei manchen Leuten nicht so gut an. Muss ich lesen. Ich habe auch teilweise einigermaßen beleidigende Nachrichten bekommen. Ich habe tatsächlich diesmal einfach auf Ignorieren gedrückt. Und dann waren die Kommentare auch schon wieder futsch. Ja, und in den letzten Videos, also einige Videos, wurden kommentiert, die uralt waren. Ich würde jetzt einen Namen nennen. Ich lasse es mal. Das war meistens immer derselbe Account. Immer so ein Account mit so einem Real-Life-Namen. Weißt du? Ich habe jetzt den Piepmatz hier. Das ist Fleisch. Wir werden heute etwas essen und etwas Auto fahren. Ich bin echt baff. Ich habe so viel zu tun jetzt mit dem Computer. Ich werde nicht mal nach der Arbeit eine Runde schlafen können. Damit da wieder alles läuft, wie es laufen soll. Das ist echt scheiße. Und das war wahrscheinlich auch wieder meine eigene Schuld. Weil ich einfach wieder auf einen Button gedrückt habe, auf den ich nicht hätte drücken sollen. So. Ja, aber man hat ja auch keine andere Möglichkeit gehabt, außer reparieren. Keine Ahnung, was es war. Also ich habe gelesen, dass das teilweise Probleme waren, die nach einem Windows-Update kamen, was diese Woche kam. Und ich weiß nicht. Ich habe davon eigentlich nicht viel mitbekommen. Der Rechter hat schon komisch gearbeitet in letzter Zeit. Juhu, Regen. War das wieder ein Piepmatz? Nee, ne? Und ja, also ich bin noch ein bisschen verwirrt jetzt. Also ich habe einen ganzen Monitor weniger. Den brauche ich dringend für die Aufnahmen. Das läuft jetzt alles über den oberen. Und das ist voll kompliziert und dumm. Wie ich den jetzt wieder anschießen kann. Ich würde mal am liebsten zwei neue holen. Und die über die Grafikkarte direkt anschließen. Denn jetzt ist einer über VGA, einer über DVI angeschlossen. Und da kommt das jetzt durcheinander. Das war wahrscheinlich auch das Problem. Denke ich mal erstmal, weil durch diesen Windows-Patch irgendwas verändert wurde. Oder mein Motherboard. Keine Ahnung. Ich kenne mich da einfach nicht genug aus. Es ist scheiße. Es ist scheiße, wenn es nicht mehr funktioniert, wie du es willst. Immerhin läuft der Rechter noch gut. Das ist schon mal was. Eine Grafikkarte ist es schon mal nicht gewesen. So, jetzt esse ich erstmal ein Paket Zucker zur Beruhigung. Puh. Erstmal ein Paket Zucker zur Beruhigung. Wir haben jetzt eh wieder scheiß Regen draußen. Man kann immer mal so ein Paketchen Zucker zur Beruhigung essen. Aber nur in dem Spiel. Und ich bin sofort wieder da. Wie gesagt, ich bin ja heute Morgen von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe so gut wie keine Minute geschlafen auf der Arbeit, obwohl wir hätten schlafen können teilweise. Wie im Rettungsdienst. Also ich weiß nicht, ich arbeite im Rettungsdienst. Da arbeiten wir 24 Stunden. Und da ist natürlich nicht, man ist nicht 24 Stunden am rumfahren. Hoffentlich meistens. Und ja, da könnten wir schlafen. Aber ich habe kein Auge zubekommen. Das war eine richtige Kacknacht. Einmal um ein Uhr nachts zum Betrunkenen sollten wir fahren. Aber der war schon weg. Passiert auch mal. Das ist der Patient dann. Sieht jemanden einen da liegen. Oh, da ist nur ein Betrunkener. Und dann fahren wir da hin. Und dann ist er schon aufgestanden, wieder weggelaufen. Ja, das ist ja dann. Also Glück in Unglück, nenne ich es mal. So gut, dazu. Müde, kaputt, fertig. Ich möchte noch herzlich vielen Dank an den lieben Heindl oder AK Hey Dockel sagen für 5 Euro. Eine kleine Spende für den Kinnig. Vielen Dank dafür nochmal, damit ich das nicht vergesse. In meinem absoluten Oberchaos gerade. Und jetzt kriege ich eine Nachricht. Nein, gut. Alles klar. So, dann wollen wir uns jetzt zusammenreißen. Ich kriege auch nur Bildschirmaufnahme hin. Ich kriege nicht Spieleaufnahme hin momentan. Ich weiß nicht, wie groß die Aufnahme wird. Es ist kacke. Boah, guck mal, der Zucker. Wird der in die Luft springen. Scheiß Natrium ist wieder so hoch. Deswegen muss er auch so oft pinkeln. So, der Waffenbeschuss-Test, der war, ich fand ihn sehr interessant. Aber er war nicht akkurat durchgeführt. Wir werden das irgendwann nochmal wiederholen. Da kommen ja noch neue Waffen dazu irgendwann. Und dann werden wir mal so einen richtigen Akkuraten-Test machen. Mit dem Opa zusammen hat er mir auch geschrieben. Timmy, mach das doch mit mir zusammen. Dann hätten wir das viel schöner machen können. Auf jeden Fall. War nur so eine spontane Idee, dachte ich mir, als schönen Effekt. Ich habe jetzt natürlich nicht auf Entfernung 100% geachtet und sowas. Das fanden manche richtig schlimm und scheußlich. Und haben mich dann halbwegs sogar attackiert. Also manche haben das auch kritisiert. Aber mit einem lieben Ton im Hintergrund. Aber da war auch ein, zwei Kommentare, die ich löschen wollte. Und gelöscht habe, weil sie einfach beleidigend waren. Das war irgendwie unnötig. Vor allem werde ich in anderen Videos, also wirklich in uralten Seven Days to Die Folgen als Arschloch und so betitelt. In den gestern Kommentaren kriege ich so, was ist denn das? Arschloch, Wichser und sowas. Keine Ahnung. Irgendeinen Hater muss ich ja sowieso haben. Der gibt ja auch, wenn eine Folge bei mir online kommt, sofort ein Dislike meistens. Also, wenn du da bist, also mich juckt das in Dreck. Du kannst das so lange, wie du machen, wie du Lust hast. Aber du musst geistesgestört sein. Also das macht kein normaler Mensch. Also das macht er schon seit Wochen oder Monaten. Das muss ja eine dieser Personen sein, die ständig dann bei jedem Video ein Dislike drauf drückt. Sofort. Und manchmal sogar mehrere. Oder es sind auch tatsächlich wirklich Leute, die meine Wüßig mögen. Dann ist es natürlich auch in Ordnung. Ich dachte, ihr seid braun geworden, war aber doch nur Rost. Hallo zusammen, moin. Ich schreibe auch mal Huhu. Habe ich noch gar nicht. Also nicht Uhu. Huhu. Wir machen keine Schleichwerbung hier. Und ja, sehen erst mal zu, dass ich das hier irgendwie wieder hinbekomme. Kehr, wie soll ich das machen? Wie soll ich das jetzt machen? Ich muss mir ein ganz neues Setup aufbauen. Ist so mein Plan. Da will ich aber jetzt nicht wieder für Spenden sammeln, um Gottes Willen. Da kommen ja hier und da mal Donations rein. Die werde ich dafür nutzen. Aber Planwert zwei größere Monitore. Einen an der Decke, einen rechts. Und das wäre eigentlich schon alles. Und die über die Schnittstellen an der Grafikkarte direkt anschließen. Weil das hinten einfach nur pures Chaos ist mit VGA und DVI. Man sieht ja genug auf diesem VGA-Monitor oben. Aber das reicht mir nicht mehr. Das Ganze sollte etwas professioneller hier aufgebaut werden. Was steht da? Wie komme ich aus einem Team wieder raus? Hi Tim, der mit dem Regenmäntel grüßt dich. Ja. Sorry, ich kann nichts dafür. Ich habe jetzt wirklich zehn Stunden hier gefühlt rumgetestet. Und wollte das alles so einstellen, dass das Video wieder läuft. Dass ich das wieder aufnehmen kann, vernünftig. Was ja auch nicht so einfach war. Guck mal hier, lecker Fett wurde mir wieder spendiert. Für unseren Charakter. Guck mal, ja genau. Ja, Sonntag, die Folge ist ja deswegen dann ausgefallen. Ich wollte es ja abends aufnehmen. Es ist einfach Mist, sowas. Es ist einfach Mist. Der Computer macht einfach... Da war ein Riesenfehler, muss das gewesen sein. Gigantischer Fehler. Jetzt hat man natürlich auch Angst, dass der immer wieder neu auftaucht. Dabei ist der Rechner ja nicht mal alt. Das kann aber an so vielen Kleinigkeiten liegen. Das ist immer das Doofe. Kann ich nicht sagen, dass der Rechner alleine schuld ist. Oder... Gewehr munitioniert. Die haben wir auch nicht getestet. Die 22er Munition. Das nehme ich mit der Zeugs. Ist das wieder Gewehr und Pistole gemischt, ne? Das ist... Ist ja ein bisschen doof. Können wir direkt mal sortieren. Wie gesagt, ich bin saumüde. Aber ich kann mich nicht sofort hinlegen, wenn ich von der Arbeit komme. Pistole kommt da erstmal wieder raus. Damit wir wieder so eine leichte Grundordnung haben. Und Gewehr kommt da wieder rein, ne? Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Das waren nur ein paar Magazine, die sich da verirrt haben, ne? Sehr schön. Gut, da kommt jetzt alles Gewährige wieder hier rein. Was ich gar nicht absolut null brauche gerade. Zack, zack. Das ist Scharfschutz. Kommt in eine Holzkiste. Das ist für mich auch Gewehr. Das ist für mich auch Gewehr. Das K98... Haben wir das... K98, haben wir das nicht getestet? Oder die M1? Ich habe eine vergessen, glaube ich. Aber die M1 fehlt eine Patrone. Also glaube ich nicht, dass... Ich habe das K98 leider in diesem Beschuss vergessen. Den wiederholen wir aber auf jeden Fall. Das fände ich noch supi-supi wichtig. Dass wir das dann auch akkurat und vernünftig testen. Mit ordentlichen Ergebnissen. So. Ach, hier war noch ein Teil Gewehr. Ah, klebt mich doch im Arsch mit dem hier. Also komm, dann kommst du da rein. So. Das ist Gewehr. Das war Gewehr. Zehn Schuss. Aber hier ist ja auch... Achso, ja, Gewehr waren wir ja. Pistolen wollte ich da sortieren. Scheiße. Verwirrtheit, Verwirrtheit. Aber ich schiebe es auf die Müdigkeit. Ne, das ist ja eigentlich... Das ist ja auch eine Maschinenpistole, die MP5. Da darf das auch bei Pistole sein. Kein Problem. Ne, wir haben keinen Scheiß gebaut. Das Ding gehört da noch nicht rein. So. Dann habe ich hier nochmal die Gewehrkiste. Da kommt nochmal die Munition rein. Der Adapter fürs Gewehr. Die AK-Muni. Also das war gar keine AK-Muni. Das hier. So, sortieren ist wichtig, ja. Dann haben wir die Holzkiste. Boah, ist das ein Chaos hier. Immer mit diesem Sortieren, ne. Die gute alte Holzkiste. Du bist hier. Du kriegst die Snipper-Muni. Und nochmal die Muni. Und das kannst du eigentlich auch haben. Das braucht das seine Gewehr ja auch. Und dann hatten wir irgendwo noch ein... Das WD-Magazin. Wunderschön. Sortiert ist sortiert. So. Dann esse ich jetzt erstmal Fett. Und kann eine Waffe wieder weglegen. Sonst verliere ich die gleich wieder. Wegen aktuell 122,8 Kilogramm. Mit viel Pipi in der Blase. Die geht aber gleich flöten. Mann, das ist das für ein Wetter schon wieder. Das ist bestimmt eine Uhrzeit, in die ich das Spiel betrete. Und dann da irgendwie immer Regen kommt, oder? Das kann ja schon nicht mehr wahr sein. Erstmal voll Fetten. Na, welche Waffe will ich mitnehmen? Muss ja gucken, wie viele die eine noch hat. Sniper zu. Pistole war das. Da ist ein Bogenvisier drin. Und ach guck mal, die hat noch eins von Schüssen. Nämlich die erstmal mit. Und dann haben wir ja noch unser Wunderföhne. Ach guck mal, hier müssen wir noch Pistolenmunition an dem Ende. Die können wir auch noch rausflacken. 50er Kaliber, da haben wir Schuss ohne Ende von. Traumhaft, oder? So, halbwegs sortiert. Boah, noch mehr. Ja gut, komm, dann haben wir die Pistole auch raus. Das Magazin noch. Also im Hintergedanke behalten. Will ich aber doch nicht mehr. Kippen. Keine Ahnung. Das können wir unten in der Essenskiste machen. Pfeile. Brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Einen komischen Mund. Boah, ist das dunkel, ey. Hier sind auch noch mal... Ach, das ist doch... Scheiß durcheinander alles, ne? Was wollte ich jetzt wegpacken? Ach, mal Pistole müssen wir da immer noch. Ah, ha, ha, ha. So, gut. Ach, komm rein damit jetzt her. So, ist ja eh eine Chaoskiste. Gut, die brauche ich vielleicht. Los geht's. Dann wollen wir... Oh, die Waffe tauschen. Oh Mann, Chaos. Also manchmal sollte man einfach keine Aufnahme machen. Aber gestern ist schon ausgefallen. Das war mir dann doch zu doof. Heute euch dann da auch noch mal hängen zu lassen. Und ihr müsst ja wenigstens wissen, warum. Und was passiert ist, ne? Das ist ja das Doofe. So, jetzt hab ich die Waffe. Die darf kein Scope haben. Schade eigentlich. Aber ist nicht schlimm. Die ist sehr stark. Haben wir ja auch gelernt. Ich esse nochmal Treppenfett. Auf der Treppe. Und freue mich doch über die 9 Kilos. Dann machen wir Pipi und fahren mal ein bisschen Auto. Vielleicht fahren wir irgendwo hin schnell, wo wir was gucken können. Oder fahren ein paar Airdrops ab, sodass wir einen kleinen Erfolg haben heute. Aber ich hoffe allgemein, dass diese Folge jetzt nicht 400 Millionen Gigabyte groß wird. Weil ich wieder ein falsches Format ausgewählt habe, obwohl ich es gerade getestet habe. Etc. Etc. Tausend Milliarden Sachen muss ich noch machen. Aber auch Volltreffer. So. In 5 Minuten mal D4. Das würden wir doch hinkriegen, nach D4 zu fahren in 5 Minuten. Das muss doch nicht A noch, oder? Stoffwechsel. Ah, das tut gut. Der kümmert sich hier um die Zombies. Soll er mal machen. Und ich gehe... Hallo. Guten Morgen. Ha, guten Morgen. Boah, das ist wieder so ein Super-Monsun-Regen aber auch, ne? Ich habe das Gefühl, es wird immer langsamer. Habe ich hier nochmal jetzt schon eine Strohflinte. Ich stelle ihn mal auf Einzelfeuer. Ach, kann man gar nicht mehr. Ja. Ist noch geladen. Glaube ich jedenfalls. Dann müssen wir es nochmal gucken. Ja, 9 von 9. Hier ist mein Übungsbrumfiz. Nein, die Brumfiz ist ja Motorrad auf Holländisch. Und wir werden jetzt einmal was testen. Einfach nur, wie viel Rumpunkte ich jetzt die Straße langfahre. Das ist noch gut in Schuss. Ich will drauf aufpassen. Mach ich natürlich. Äh... Wo es hingeht. Was? Wo es hingeht. Äh, ich fahre erstmal nur rum. Ich bin jetzt so laut. Ja. Ich fahre erstmal eine Runde. Ich will ein paar Skillpunkte skillen. Genau. Für erst mal eine halbe Stunde spazieren. Das kennst du gleich. Ja. Das ist... Das ist einfach nervig mit dem übertrieben viel Skill sammeln, ne? Ja. Ich habe ein bisschen zweit die Stufe erreicht. Ich klappe schon ganz gut. Aber absterben tut er immer noch. Ja. Aber krass, ey. So. Dann gucken wir mal nach unserem Skillpunkt. Na denn. Viel Erfolg, Tim. Vielen Dank. Äh... Der Fahrerskill ist exakt bei... Exakt. Warte jetzt. Ich muss das an die Seite stellen. Der Fahrerskill ist bei... 66... 63%. Das wären... 6281. Na. Also ich versuche heute die 10.000 zu knacken. Dafür muss ich jetzt aber echt... Ein bisschen dämlich umherfahren. Ja. Da hin und her. Das wird ganz gut klappen, glaube ich. Wenn er den Wagen ankriegt, ne? Schön geradeaus. Da kann mir nicht so viel passieren. Ne? So müde Auto fahren soll man sowieso nicht. Weiß ich, ob wir... Wenn wir schneller fahren, schneller skillen. Irgendwann fahren wir schon 103 im vierten Gang, ne? Oder... Und das ist eigentlich sehr stabil. La 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 la. Muss auch passen, dann bin ich nicht der Einzige, der das hier so macht. Da könnte man mit dem Gegenverkehr rechnen. Okay, so geht das nicht. La 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 la. Ja, ist schon eine spannende Folge heute, glaube ich. Zombie! Das darf man auch nicht so oft machen, weil... Das Fahrzeug nimmt, glaube ich, auch dadurch Schaden. So. Boah, ist schon eine ganz gute Route, ne? Hin und zurück. So, massive Kur. So, bis zur großen Ortschaft. Ein bisschen lenken ist ja nicht schlimm. Traue mir noch zu. So ein paar Kurven. Also, 10.000, das müssten wir eigentlich hinbekommen. Und wie kriege ich meinen zweiten Monitor wieder am Laufen? Ach, das ist so nervig. Hat das ganz zum Erststart vorbereitet, dann, wo ich darauf gedrückt habe. Ich musste den Server neu suchen. Super ätzend. Aber wenn es da der Monitor... Vielleicht war der ja tatsächlich schuld. Ich schließe ihn einfach ab und werfe ihn aus dem Fenster, finde ich. So. Ah, die müssen direkt an der Grafikkarte dran, die Monitore. Na, komm, hier machen wir eine Abkürzung. Auch wenn ich eigentlich fahren will. Und gleich kommt da die Sonne wieder raus und alles sieht wieder ganz anders hier aus. So, jetzt die große Ortschaft. Bevor ich da drinnen beschossen werde, machen wir Kehrt. Oh, der fährt ja sehr stabil, wenn man nicht... Oh, chillt. Oh, der rammt es. Oh, nee, ernsthaft. So. Einmal verschalten. Also, es wird tatsächlich gefühlt auch in dem Levelbereich schon ein bisschen besser. Auch wenn man manchmal dann wieder Phasen hat, wo er dann 35 Milliarden mal versucht, den Motor zu starten. So. Cool. Er fährt aber. Das ist schon mal was. Perfektes Wetter auch für nix tun, ne? Aber gestern, wo ich gearbeitet habe, hat es richtig heftig geschneit. Da blieb es zwar nicht liegen, der Schnee, Gott sei Dank, aber da war eine... Da waren Schneeflocken. Die habe ich jetzt im Winter nicht einmal gesehen. So riesig waren die. So. Oh, Mann, ich hoffe, das funktioniert mit der Aufnahme hier alles. Ich will euch dann zu viele Skillpunkte erklären. So, einmal hin und zurück gucken wir gleich, was die Strecke war. Also, von einem Meter oder Kilometer weiß ich es jetzt zwar nicht. Aber ihr könnt es euch also grob abschätzen. Wenn wir in Timmy Town wieder ankommen, ne? Ist ja noch ein Ächchen. Also davor, dann fahre ich nochmal hin und zurück. Was ja dann doppelt spannend wird. Nein, wir nehmen einen anderen Weg. Das ist sonst mir auch zu langweilig. Timmy, dann hast du zuerst den Staudamm besucht und gelootet. Immer nur am Airfield. Muss doch langweilig werden. Nö, ich war ja schon länger nicht am Airfield. Staudamm macht ja auch irgendwo keinen Spaß. Erstmal da runter kommen und dann hast du da auch gar keinen vernünftigen Loot. Oder vielleicht ja doch irgendwo, den ich noch nie gesehen habe. So. Immer noch dieselbe Geschwindigkeit. Aber was erwarte ich jetzt auch, ne? Einmal hin und zurück fahren werde ich wahrscheinlich keinen Skill von 200.000 gemacht haben. So. Der Zombie, der wird jetzt erstmal nerven. Aber dann ignorieren wir eiskalt hier auf dem Dach. Oh, doch, der interessiert sich für uns. Na, komm, machen wir das. Komisches, komisches Visier, oder? Könnte ich gar nicht mit leben. So, es gelungen. Drei Prozent, Alter. Das waren... 6600, 6200. Ja, es war schon ein paar Prozent, aber das... Ist aber schon massiv, ne? Da ist schon gerade auch noch einer. Da. Da sehe ich gar nichts, ey. Okay, dann fahren wir mal einen größeren Bogen. Ähm... Richtung Süden. Vielleicht reden wir es da nicht. Zu den Airdrop. Starten. Vielleicht eine Runde Zombie-Golf-Spielen. Na, er säuft den... Oh. Dauerhaft ab, ey. Nö, kein Zombie-Golf. Ui. Das ist der Zombie-Golf. Ui. Ui. Ah, vielleicht habe ich jetzt keinen Plan. Aber dann morgen haben wir eine Runde looten können. Ganz entspannt. Vielleicht heute Abend in der Folge, die ich dann vielleicht noch schaffe aufzunehmen, wenn ich hier meine Technik wieder ganz im Griff habe. Ach, das ist super nervig. Und jetzt habe ich aber OBS neu eingestellt. Und, ja, ist ein bisschen aufgeräumter alles wieder, ne? Einen habe ich auch noch gerettet. Und Top-Kommentar, jetzt ist es ganz leer, mein Stream-Deck. Lass uns nichts drauf. Und mein OBS war eh rappelvoll. Richtig schlimm rappelvoll. Oh, das Skillen dauert echt lange. Ich habe es ja gestern gelesen, auch in den Kommentaren, dass das Skillen jetzt extrem heftig ist. Also, es war schon extrem heftig. Immer mit dem Auto, seitdem der existiert. Dass man da wirklich schon viele, viele Stunden in real life auch wirklich fahren muss, ne? Dass der Skill sich erhöht. Aber das sollte man alles gar nicht so kritisch oder negativ sehen. Denn man kann sich den Skill ja selber geben. Das heißt, ich glaube, die Sonne kommt jetzt raus. Man muss ja nicht mit 0 anfangen. Wenn man nur einen neuen Charakter erstellt, kappt man ja direkt welchen. Tagestoffel wäre doch oben auf die Turbinenhalle. Welche Turbinenhalle? Achso. Da will aber einer unbedingt, dass ich zum Dings fahren, ne? Liegt da vielleicht ein Sniper? Nein, Quatsch. B4. Also, ein Airdripchen mal abfahren wäre cool. Hier waren wir auch super selten. Ist einfach unattraktiv. Ja, aber was sollst du hier auch finden? Später, wenn man mehr craften kann und du vielleicht mal so Kohle brauchst oder irgendwelches Geröll-Zeugs, dann ist das vielleicht eine ganz coole Sache, hier mal hinzufahren. So, ich bin total scheiße gefahren. Da hätte ich diesen Schienen richtig nehmen können hier, ne? Boah, rutschi, rutsch. Einfach ignorieren, dass hier Bäume sind. So, naja. Umherheizen. Hier ist gefährlich. Oh, hier ist so gefährlich. Entspannung. Das ist ein geschenktes Auto, ein richtig geschenktes Auto. Das würde ich lieb haben. Jetzt gib Gas. Fahr. Wenn du losrennst. Na gut, ich dachte, jetzt steige ich aus und dann muss ich ihn entschießen. Weil der mal lockerflockig durch die Scheibe hau. So ein Arsch. Da ist eigentlich schon die richtige Route. Ach, der Regen hört auf. Ist das schön. Der Regen hört auf. Freitag gab gar kein Patch, kein gar nichts. War ich ein bisschen verwundert, weil sie schon am Montag oder Mittwoch, weiß nicht, wann war das, haben sie ja einen Patch rausgehauen. Und ich dachte, oh cool, guck mal, dann geben sie es gerade Gas, weil sie für Freitag noch ein bisschen was vorbereiten. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon darüber, aber wie gesagt, wir haben ja Zeit. Vielleicht machen sie ja morgen wieder einen Patch, keine Ahnung. Vielleicht wechseln sie ja auf Montag anstatt auf Freitag. Müssen wir jetzt einfach mal beobachten. Wenn immer, wenn ein Patch kommen wird und ich natürlich da bin und nicht auf der Arbeit, jetzt sieht es wieder schlecht aus mit Freihaben, werde ich natürlich ein extra Video immer machen vor dem Patch. So, auf meine Art halt, jetzt keine akkuraten Patch Notes, aber wenn was Neues gibt, was sehe ich denn da? Habe ich das nicht schon mal hier gefunden? Flakes. Einfach hier so. Frühstücksflocken, Bunny Star. Rein in den Wams. Die Bunny Stars, meine Lieblingsflocken hier im Spiel. Gewicht, 103, oh. Die geben wahrscheinlich eher mehr Zucker, würde ich sagen, als alles andere. Aber es sind auch Ballaststoffe, ne? Da gehen wir ja ordentlich kacken, wahrscheinlich schnell. So, Obacht. Bunny Stars sind gleich aufgegessen. Ne, noch nicht. Wir sind bald vollgefressen. So. Ja, guck mal, wer wird jetzt auf mich schießen, Alter? Ein Typ mit einer Flakes-Packung in der Hand. Da wird mich doch keiner beschießen, oder? Oh nein, pass auf, der hat Flakes in der Hand. Tötet ihn. So. Dann fahren wir zum Staudamm. Nein, Quatsch. Ich fahre jetzt mal im Staudamm jetzt. Hier unten ist der Süd, das hat ja die geilste Lute-Ecke überhaupt. Na ja, rollen. Bewegen wir uns wenigstens. So, zeig mal. Oh, wir fahren schon am Air-Drop vorbei. Nein, 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 ich muss da einlenken, Alter. Das geschenkt der Autor. Ich werde doch... Komm, wir in die Teufelsküche, wenn ich das kaputt trüß. Ja, muss man auf die Map gucken, ne? Braucht sich nur einmal umdrehen. Da sieht man den Rauch. Ich habe auch schon lange kein Zombie-Airblock mehr aufgemacht, tatsächlich. Die haben andere mehr Pech als ich. Es gibt eine Sache, in der ich tatsächlich mal Glück habe. Und das ist Air-Drops. Jetzt habe ich es gesagt. Nimm ich die Versicherheitshalber mal die Schrufe hinter der Hand. Aber die sind eh noch Buggy. Die hüpfen ja gar nicht so richtig raus. So, was haben wir denn für einen schönen Drop? Einen Mist-Drop. Ich nehme mal Bandage mit. Man kennt mich ja mittlerweile. Eine alte, gammelige Rasierklinge. Bisschen Tape. So. Das kann man doch immer gebrauchen, ne? Immerhin. Ich brauche ein Tier. Ich ziehe einen Eisel an. Craften, Craften, Grooven. So. Ja, da haben andere Spieler Magazine. Ich tue lieber Bandagen hin. Okay. Fett wird verbrannt und wandert im Balk. So. Jetzt haben wir den leer gemacht. Und der nächste wäre ganz oben. Das wäre natürlich viel zu weit weg. B3. Oh, guck mal. Das ist ja fast nett vom Spiel. Mein Ziel ist heute 10.000. Das schaffe ich denn nie im Leben? Das ist ein Donkey. Den töte ich nicht. Esel haben bei mir. Die stehen bei mir unter Naturschutz. Auch wenn ich dann ständig einen Eselkopf aufgespießt überall sehe. Ist das nicht herrlich, wenn die Sonne rauskommt? Hat er die Fährte aufgenommen? Oh nein. B3. Hat er nicht B3 gesagt gerade? Weil der ist ja bei B4. Meine Rang. Ach ja, die Rumpunkte, die habe ich ja noch. Aber die habe ich mir verdient. Fertig. So. War ja echt nicht viele, ne? Durch den Kill von 24 Milliarden anderen Spielern, die ja gar keine Rumpunkte hatten. Ich weiß gerade jetzt, was die gelten. Es ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich da so rumexperimentiert habe. Oh, guck, fährt ja. Die Frames sind im Keller gegangen. Bei den Zockern. Kommen wir nicht irgendwie auf die Schienen? Oh, das war der Airdrop. Oh, sieht auf der Karte ganz gefährlich aus. Das ist ja die Brücke, deswegen. Die Sonne geht unter. Wir holen uns doch den einen Airdrop. Und dann kümmere ich mich um die Technik, damit da alles wieder funktioniert, wie ich mir das wünsche. Aber irgendwie habe ich tatsächlich den einen Monitor im Verdacht, dass da durch einen Update von Windows irgendwas passiert ist. Aber ich kenne mich da einfach nicht gut genug aus. Weil der geht jetzt ja auch nicht mehr an, ne? Also ich kann den umstecken, dann geht er schon an. Der läuft noch. Der zeigt auch noch ein Bild. Aber so als dritter Monitor, ein VGA, ein DVI-Monitor unten an der Grafikkarte einen angeschlossenen, das ist irgendwie komisch. Hat immer funktioniert, jetzt aber nicht mehr. Au. Irgendwie ja komisch. Also er hat schnell die Karre an, wie immer jetzt, ne? Oder den Zug, den wir jetzt sind. Ist schon lange nicht mehr gewesen. Das wird nicht viel weit bringen. Aber eine sichere Strecke, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier an den Schienen irgendwelche Probleme haben, was Bäume betrifft und so. Ey, kennt der Mensch, hihi. Oh, ach. Halt, ihr fährt aber auf wie die letzte Hülle hier. Bin gespannt, wenn wir gleich nach Hause fahren, wie viele Erfahrungspunkte ich geschafft habe. Da haben wir ja gerade schon ein paar hundert gemacht, also wir fahren jetzt schon eine Weile wieder. Ich glaube, bergauf ist schwieriger für ihn. Ich habe den Eindruck. Kennt ihr das? Idiotenhügel? So. Da ist anfangen ja tatsächlich schwieriger. So. Ich gucke immer auf den anderen Monitor, weil da war immer die Aufnahme zu sehen, die gerade aktuell ist. Wenn ich da zum Beispiel sowas hier vergesse, auszublenden. Da gucke ich dann immer deswegen tausendmal nach. Oder ob der Bildbob nur da ist. Wenn ich die Bildschirmaufnahme vernünftig also nochmal aktiviere, dann zeige ich dir mal den Ladebildschirm nur von Scum. Was ich gar nicht verstehe. Der ist für mich ja nicht mehr zu sehen. Aber das einzige Bild, was du siehst. Ach ja, Chaos. Jetzt macht Timmy auch noch Chaos im Real Life. Nicht nur noch im Spiel. Fabrikgelände, dass ich umfahren bin natürlich. Wer hat hier denn wieder abgesoffen? Mitten in der Fahrt. Taget engage. Bam, bam, bam. In den Sonnenuntergang cruisen. Und einfach skillen. Oh. Ich sollte da lang fahren. Ja, schön das Türmchen. Alle Geländewagen. Oh. Ich habe gerade auf den Trampelfahrt geguckt. Mann, ich muss aufpassen. Jetzt aber nicht, dass ihr keine Umfälle baut. Ihr bauten alle Umfälle. Ach. Das wird ja eine Woche dauern, bis der losfährt, ne? Oh, Gott sei Dank. Fahr. Kann man auch nichts unterstützen, oder? Oder besser machen. Du kannst einfach nicht besser anmachen, den Wagen. Jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn. Gut gemacht. Das ist ja auch eine Kackstelle zum Anfahren, ne? Vor allem für den Neuling. Das ist nicht so schön. Aber ich fahre auch so falsch. Da will ich hin, genau. Vielleicht gibt es im Gelände ja auch mehr Punkte. Ist ja viel gefährlicher. Glaube ich aber nicht. Und ist die Straße. Das ist Objekt der Begierde. Ein hindernisloser, oder meist hindernisloser Ort. Für Autos. So war das mal gedacht, glaube ich. Nicht mal für Pferde, nein, für Autos. Okay, Bremsen. Handbremse, alle Bremsen. Lieber absaufen, als jetzt mit Vollspeed in die Bäume reinrutschen. Uh, ist aber nicht schnell angekriegt. Kein Stein. Okay. Okay. Also gute Routen, ne? Schöne fahren. Fahrerei. Die habe ich jetzt links. Manchmal kennst du die Wege so schlecht. So. Kleiner Stichweg. Nein, Stichweg ist das nicht. Das ist schon ein befestigter Weg. Deswegen ist der auch weiß, ne? Werden wir diesen Airdrop bekommen? Wird er gut sein? Oh, ne, da fährt der direkt dahin. Das ist ja eher ungesund. Das ist auch eine supergeile Lootstelle. Müssen wir auch mal wieder erkunden. Ist das schon in Rauch? Ich seh den noch nicht. Ich will nur noch bei Tageslicht erreichen. Oh. Nein. Oder ist er noch gar nicht angekommen? Der Airdrop. Oder spielt er wieder in der Luft? Als Fail Airdrop. Wow, Steine. Oh. 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 Punkte. So. Was ist jetzt taktisch hier? Okay. Ach, schon wieder so einer. Es wird aber langsam langweilig. Airdrops. Lass euch mal was einfallen. Was haben die Dinger hier drin zu suchen? So ein ganzes Fach hat er dann nur einmal so eine Schnur reingemacht. Oh, guck mal. Das Seil brauche ich mal hier und da. Wenn ich Computer nicht safe kriege, dann brauche ich das Seil bald. So. Hat ja Garantie. Also wenn ich da irgendwas kaputt habe. Perfekt. Auf zur Straße Richtung nach Hause. Und vor allen Dingen, müsst ihr ja mal überlegen. Es gibt ja Spieler, die finden ja keine Autos. Die fahren alle tausend Jahre vielleicht mal mit dem Auto. Die werden ja ein echtes Leben brauchen, um hier Auto fahren zu können in dem Spiel. Aber ich denke, das werden sie noch ein bisschen reduzieren, dass das ein bisschen schneller geht. Weil das ist zu heftig. Da oben ist ein Rehlein. Auf, fahr jetzt los, Alter. Aber irgendwie fährt er aber dann auch im richtigen Moment los, ne? Ähm, wollte ich hier lang? Eigentlich wollte ich doch da lang. Aber dann fahre ich diese Bestrecke, ne? Das ist seltsam. Ich bin gerade verwirrt. Wenn ich jetzt hier runter fahre... Hä? Das ist der richtige Weg. Hier lang. Okay. Ich sehe, wo der Fall hinguckt. Also diese S-Kurve hat mich da verwirrt. Gut, dass er so oft absäuft. Dann hat man wenigstens Zeit, da nachzugucken. Boah, sehr viele Zombies, ey. Auf nach Hause. Aber nicht so schnell hier durch den Wald. Nein, Alter. Das... Das... Der lenkt manchmal ganz fest so. Manchmal gar nicht. Und manchmal... Haut hat er den Lenkrad volle Pulle um. Wenn wir die 10.000 erreicht haben... Ich wette mal nein. Also ich würde mal bei 8.000 sagen. Sind wir jetzt gleich. Es ist doch schon eine unglaublich langwierige Geschichte. Das Zeug zu skillen. So. Na ja. Ja, da habe ich noch einen Kommentar gekriegt. Da stand einfach nur... Fail drin, ne? Zu dem Waffentest wahrscheinlich. Aber ich habe doch jetzt nicht gesagt, ich mache einen akkuraten, perfekten Waffentest. Ich wollte doch einfach nur die Stärke der Waffen einfach demonstrieren und gucken. Ich wusste doch selber nicht, was passiert. Hat man doch gesehen in einem Video. Ne? Dass die Leute da so kritisch sein müssen. Ist mir echt ein Rätsel. Die meisten hat es ja einfach gut gefallen. War ja eine Idee. Ne? Was soll ich denn sonst machen? Boah, jetzt fahre Auto, Alter, ey. Da kommt dann die schöne Hauptstraße Richtung Timitown. Da dürfte da nicht mehr viel passieren. Was ist das da so? Wenn seine Jugendlichen leicht sind. In 9 Minuten fährt der Server eh runter. Dann hoffe ich, dass ich das richtige Format ausgewählt habe. Ich bin mir sicher, dass ich das alles richtig gemacht habe. Aber trotzdem, bam, ne? Also wenn du jetzt 190 GB groß bist, weil ich das in irgendeinem falschen Format wieder ausgewählt habe, dann kann ich das natürlich nicht hochladen. Das geht ja dann nicht. Und wenn du das renderst, dann musst du ungefähr vier Jahre warten, bis es gerendert ist. Dann stehe ich sowieso doof da. Dann lade ich die hoch mit 190 GB. Und in drei Wochen seht er die dann. Aber nicht 1 km mal schnitt. Ah, doch. Jetzt, guck mal. Da sind wir schon bei 105. Ja, müßig ernährt sich das Eichhörnchen. Ach, jede Strecke, die man mit dem Auto zurücklegt ist, ist positiv für ihn. Er nimmt immer ein bisschen zu weiter. Vielleicht ist das Auto deswegen so langsam. Vielleicht könnte ich jo längst 200 fahren. Wegknopf losgelassen. Aus Schwäche. So, dann gibt es vielleicht Sauerbraten bei Mama. Ein Archiv von Ayumi, habe ich gerade gelesen. Muss ich ja gleich mal gucken. Oh. Achso, ich dachte, das wäre ein Spieler. Was ist denn hier los? Was ist denn da für Zombies? Keiner am Aufräumen. Muss der Timmy das ja immer machen. Ja, die kommen ja nicht hinterher. Dafür bin ich so weit weg. Denke ich mal. Oh, Mann. Das sollte doch gebremst werden. Na, ich meine, habe ich das gut hingekriegt. Ich denke, die Zombies, dafür war ich jetzt so schnell wieder weg. Folgen mir nicht. Oh. Oh. So. Das war halbwegs erfolgreich. Ein bisschen was geskillt. Was macht er denn da? Achso, weil er jetzt geladen ist. Na, bei mir schwimmst du. Oder fällst oder was auch immer. Jetzt nicht mehr. So. Da ist noch einer auf dem Polizeidach. Aber hier ist der Timmy Town. Das ist in der Safe. So, es wird dunkel. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Aber wir gucken natürlich erst auf den Skiddy. Und zwar hat der jetzt 7.597. Das heißt, wir haben ein bisschen über 1.200 jetzt. 1.300 geschafft. Das ist nix, Alter. Das ist gar nix. Kehrt. Das ist lange, ey. Na gut, wenn man Zeit hat, kann man ja rumcruisen und nix machen. Nur was rumfahren, ne? Ein Stück Fett in den Wams. Und ich sage danke fürs Zusehen. Morgen wird es ja ein bisschen ja, interessanter. Da werde ich mal wieder einen Bunker durchsuchen. Oder vielleicht das eine, was wir gerade gesehen haben, aber beim vorbeifahren. Bis dann.